ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, von der du wahrscheinlich schon gehört hast. Unter anderem wird sie zur Texterstattung genutzt. Dabei sind dir keine Grenzen gesetzt. Oder doch? Dazu gleich mehr. Solltest du ChatGPT nicht kennen, lass mich dich kurz ins Bild setzen. Warte mal, fragen wir doch einfach mal ChatGPT selbst, was es ist und kann. Ich bin ein großes Sprachmodell namens ChatGPT, das von OpenAI entwickelt wurde. Mein Zweck ist es, menschenähnliche Antworten auf eine Vielzahl von Fragen und Anfragen zu liefern. Ich kann in vielen Sprachen kommunizieren und versuche, kontextbezogene Antworten zu geben, die auf dem verfügbaren Wissen basieren. Ich kann Fragen zu verschiedenen Themen beantworten, wie zum Beispiel Wissenschaft, Technologie, Kunst, Geschichte, Kultur und vielen anderen. Ich kann auch bestimmte Aufgaben ausführen, wie zum Beispiel Übersetzung, Zusammenfassung und sogar kreative Schreibvorschläge machen. Gerade die letzte Funktion wollen wir jetzt einmal ausprobieren. Die AI kann allerdings nicht eine Bewerbung herzaubern, sie muss gefüttert werden, nämlich mit Information. Erst einmal frage ich die AI, ob sie mir eine Bewerbung erstellen kann. Ja, dabei bleibe ich höflich. Wir wollen ja keine Terminator-Zukunft. Super. Jetzt kapiere ich einfach die Stellenbeschreibung meines Wunschjobs ran und meinen Lebenslauf. Aber warte mal, da ist doch was falsch. Obwohl ich in der Lage bin, komplexe Fragen zu beantworten, bin ich nicht perfekt und kann manchmal falsche oder unvollständige Informationen liefern. Also solltest du meine Antworten immer mit kritischem Denken betrachten und bei Bedarf andere Quellen zu Rate ziehen. Schauen wir uns das erstellte Anschreiben genauer an. Auf den ersten Blick wirkt alles richtig. Die Reihenfolge wurde eingehalten. Einleitungssatz und Schlusssatz sind auch da, sowie meine Skills und Erfahrungen. Im Detail zeigt sich, dass das Ergebnis nicht besonders hilfreich ist. Angefangen mit den typischen Floskeln. Gerade der Einleitungssatz ist einer der wichtigsten Bausteine des Anschreibens. Du vermittelst in ihm indirekt deine Motivation zur Stelle und warum du dich gerade bei diesem Unternehmen bewirbst. Ein 0815-Standard-Einleitungssatz, wie der von ChatGPT, kann PersonalerInnen dazu verleiten, deine Bewerbung bereits jetzt schon auszusortieren. Der erste Satz sollte individuell und passend zum Unternehmen formuliert werden. Beispielsweise so. Ich bin bereit, für Ihre Kunden maßgeschneiderte Softwarelösungen zu entwickeln. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, um mich weiterzuentwickeln. Daher möchte ich zukünftig Ihr Entwicklerteam mit meiner Erfahrung bei der Entwicklung von Web-Anwendungen unterstützen. Wie bereits erwähnt, fehlt ChatGPT, das Wissen in ein wirklich individuelles Anschreiben zu verfassen. Oft passiert es, dass komplizierte und gleichzeitig unkonkrete Begriffe genutzt werden, wie zum Beispiel Web-Applikationsentwicklungsbereich. Durch solch ungünstig gewählten Wörter wird der Lesefluss des Anschreibens gestört. Dieser ist wichtig, damit die Personalleitung am Ball bleibt. Besser wäre es zu schreiben, mit der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung neuer Softwaremodule für Web-Anwendungen bin ich durch mehrjährige Berufserfahrung bestens vertraut. Auch scheint ChatGPT stilistische Probleme im Satzbau zu haben. Die häufige Verwendung von meine und ich kann schnell egozentrisch wirken und von PersonalerInnen als negativ aufgenommen werden. Dieses Problem zieht sich durch das gesamte Anschreiben. Formulierungswiederholungen wie bin ich mit XY vertraut oder habe XY gesammelt, häufen sich im Anschreiben von ChatGPT. Ebenso wie die unglücklich gewählten Satzanfänge. Ich und meine. In Kombination mit der Einleitung lässt das Anschreiben auf eine Person mit mangelndem Engagement, fehlende Eigeninitiative oder sogar auf allgemeine Lustlosigkeit schließen. Um aber etwas Positives aufzugreifen, sind die Abschnitte der Hard- und Soft-Skills zum Teil gut und logisch aufgebaut. Allerdings fehlt der Unternehmens- bzw. Stellenbezug. Durch die Verknüpfung konkreter Skills und Tätigkeiten aus deinem Lebenslauf schaffst du einen Bezug zur neuen Stelle her. So sieht das Unternehmen, was du als Bewerberin für einen Mehrwert für sie mitbringst. Vergleichen wir noch einmal kurz das Anschreiben und den Lebenslauf. Dort hat ChatGPT geschummelt. Viele der Kenntnisse, die im Anschreiben erwähnt werden, finden sich nicht im Lebenslauf wieder. Stattdessen wurden diese einfach aus der Stellenausschreibung kopiert. Grundsätzlich kannst du ChatGPT als Inspirationsquelle nutzen, um einen Startpunkt zu haben. Dabei kann es besser sein als manche Mustervorlagen. Aber auch nur, wenn du das Tool vorab mit ausreichend Informationen fütterst. Etwas 1 zu 1 zu übernehmen, solltest du nie. Wie in dem Beispiel mit den Skills kann das Tool auch bei direkten Informationen etwas durcheinander bringen. Solltest du dennoch Zeit und Mühe sparen wollen, empfehlen wir dir den Bewerbungsservice von die Bewerbungsschreiber. Die Bewerbungsschreiber sind Expertinnen, die genau wissen, wie ein Anschreiben erfolgsbringend formuliert werden muss. In direkten Austausch mit dir erstellen sie durch gezielte Rückfragen eine individuell auf dich und deine anversierte Stelle zugeschnittene Bewerbung. Hast du noch Fragen zum Thema Bewerbung mit ChatGPT? Stell sie uns unten in den Kommentaren. Und sonst bis zum nächsten Video.